Moin Leute, Trimax hier. Der Stream startet jetzt. Wir haben heute wieder was Grandioses vor. Wir werden mit einem Opening beginnen, wie fast immer. Ich habe hier mittlerweile sehr, sehr, sehr viele die seltensten Karten aus den Sets gezogen. Was mir aber noch fehlt, ist das shiny Glurak aus Hidden Fates. Das ist sehr schwer zu bekommen. Das kriegt man über diese Tinboxen. Da kostet mittlerweile ein so ein Teil, das ist nicht viel, hier sind nur vier Booster drin, 90 Euro. Das ist nicht cool. Auf gar keinen Fall zu Hause nachmachen. Holt euch die Karten zu solchen Preisen nicht. Günstiger kriegt man sie gerade nicht. Man hat sogar Glück, wenn man überhaupt welche bekommt. Deswegen nämlich nur eine Tinbox aufmachen, sondern für über 800 Euro eine ganze Case. Aber weil wir sowas schon öfter gemacht haben und das... Oh, der Fokus, wo ist denn jetzt hin? Heute zwei Cases. Ist das eine Überraschung? Geil, oder? Bevor ihr alle schreibt, ich bin süchtig, spart euch das. Das stimmt nicht. Ich habe nur übel Bock einfach. Und die Karten müssen kommen. Ich habe jetzt schon viele Sets durchgespielt. Sehr gut durchgespielt. Also ich bin begeistert. Wir haben eine gute Glückssträhne. Vielleicht geht die heute weiter. Danach werden wir diese Streamer-Tearlist machen. Welchen Streamer kann man im 1 gegen 1 holen? Wen würde man platt machen? Haben viele Streamer schon gemacht. Ich habe mich da zu oft im Mittelfeld gesehen. Weiß ich nicht, was das soll. Das müssen wir heute auf jeden Fall klarstellen. Und dann spielen wir später noch Rust. Da sind wir im Krieg mit einem anderen Clan. Wurde einfach mal schön geballert. Wir haben auch viele lange drauf gewartet. Das ist der Plan für heute. Mega geiler Stream. Schaut auf Twitter vorbei. Wir planen was Großes. Also, holy shit. Jetzt geht es aber richtig los. Erstmal 1.3. 20.000 Euro Gym Challenge. Bei mir auf dem Kanal. 1.3. Das geht nur für mich auf. 1.3. 19 Uhr. Dann nächsten Sonntag. Bei... Nächsten Sonntag. Der 21. Da machen wir ein Team Rocket. First Edition Englisch. Ein Box Break, wo sich Streamer einkaufen können. Bei Monte auf dem Kanal. Da werdet ihr mich dann sehen. Und direkt darauf, der 23. Dienstag, machen wir Fossil. First Edition Englisch. Bei mir auf dem Kanal. Auch ein Box Break. Und da können sich viele Streamer reinkaufen. Einige sind schon dabei. Wären mega geile Events. Ja, krank. Das sind ja dann schon wieder Openings im Wert von... 70.000 Euro innerhalb von einer Woche. Ja, macht es zu Hause halt nicht nach. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Stream.